Zeit gestalten Der Rhythmus des Jahres verweist uns auf den Rhythmus unseres eigenen Lebens. Seit je haben wir die Jahreszeiten als Bild verstanden für unseren Lebenslauf. Den Frühling für die Jugend, den Sommer für die Blüte des Erwachsenseins, den Herbst als Bild für das Älterwerden und den Winter für die letzte Zeit unseres Lebens und für den Tod. Jeder steht in einem anderen Bereich seines Lebenszyklus. Wir wissen nicht, wie lange der Kreis unseres Lebens geht. Wir kennen den Anfang, aber nicht das Ende. Wie jedes Jahr alle Stationen des Lebenszyklus gefeiert werden, so geschieht auch in uns, ganz gleich, wie alt wir gerade sind, immer wieder Schwangerschaft, Geburt, Aufblühen, Wilken und Sterben. Aber es ist trotzdem kein immer wiederkehrender Kreis. Jedes Mal, wenn etwas Altes stirbt, wird etwas Neues in uns geboren. Wir müssen die Kindheit loslassen, damit wir in der Jugend zur Blüte kommen. Wir müssen den Höhepunkt der Lebensmitte loslassen, damit wir mehr nach innen gehen. Und wir müssen im Alter unsere Kraft loslassen, damit wir den inneren Reichtum in uns entdecken, der uns auch im Tod nicht genommen werden kann. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die eigene Zeit gut zu gestalten. Die Zeit ist in unserer Erfahrung schon immer rhythmisiert. Die Jahreszeiten geben ihr den Rhythmus. Aber auch morgen, Mittag und Abend strukturieren die Zeit eines jeden Tages. Wenn ich mich auf den guten Rhythmus der Zeit einlasse, auf die vorgegebene Struktur des Tages, dann tut mir das gut. Sich auf den Rhythmus des Lebens einzustellen, ist gesund. Jeder hat seinen eigenen Biorhythmus. Wenn ich nicht ständig gegen diesen inneren Rhythmus meines Leibes und meiner Seele lebe, bin ich im Einklang mit mir. Ich habe nicht den Eindruck, zerrissen und gehetzt zu sein. Und die Arbeit geht mir gut von der Hand. Aber ich bin nicht Sklave der Arbeit. Ich kann in der Beziehung zu dem, was ich tue, Sinn erfahren. Karl Gustav Jung meint, wer im Rhythmus arbeitet, arbeitet effektiver. Wer gegen seinen Rhythmus sich nur vom Terminkalender bestimmen lässt, der geht nicht nachhaltig mit seinen Kräften um. Damit ich auch mitten in der Arbeit mit meiner inneren Quelle in Berührung bin, braucht es immer wieder innere Haltepunkte, in denen ich mich selbst spüre. Eine wichtige Hilfe, mitten in der Arbeit die innere Ruhe zu spüren, meine Mitte zu erleben, besteht in Ritualen. Rituale schaffen immer wieder eine heilige Zeit, die der Welt entzogen ist. So erlebe ich mitten im Tun etwas, worüber das Tun und die Anforderungen der Arbeit nicht verfügen können. Das gibt mir die Möglichkeit, mitten im Handeln innerlich frei zu bleiben und mich nicht von außen bestimmen zu lassen. Die Kraft der Rituale besteht darin, dass sie uns das Gefühl geben, dass wir selber leben, anstatt gelebt zu werden. Jeder kann seine eigenen Rituale entwickeln. Wir können nicht den ganzen Tag über mit unserer Quelle in Berührung sein. Aber wir brauchen tägliche Rituale, in denen wir innehalten, um die eigene Mitte und in der Mitte die Quelle zu spüren, die in uns sprudelt.